Zack, McFloy! Yo, Brudis, wir sind wieder da. Und wir suchen Ikora auf Io. Sind aber noch nicht stark genug. Was soll das? Kriege ich mit Schmelztegelerfahrung? Ich hoffe, der berücksichtigt, dass ich noch nicht so stark bin. Dann mache ich einfach mal den Schmelztegel. Wir sind nur zu dritt. Vier, okay. Fünf und sechs? Fünf und sechs? Fünf, fünf und sechs? Wo seid ihr? Ah, und da sind wir doch auf Io. Konflikt. Konflikt. Ist das random? Komplett? Du kannst dich nur auf deinen Trupp und deine Waffe verlassen. Kämpfe! Ich kenne natürlich noch nicht die Maps hier. Ich stelle euch auch ein bisschen doof an. Ah doch, die Map kann ich sogar. Das ist außerhalb der Beta. Schüsse. Die bleiben, glaube ich, auch alle zusammen. War der von uns? Ach, scheiße. Ich bin der Vollidurt im Team. Jawohl. Kill eins hier. Ja, rechts hier ist der. Der kommt von hier. Der kommt von rechts. Oh, Schwert. Krass. Ach, das waren noch zwei. Stattig geht dem schönen Hit. Boah, ist das schwach, das Scout-Gewehr. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich meine, die sind alle schwach, ne? Aber... Noch fünf Minuten. Schwach, schwach. Ist schon schwach. 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 Habe ich mir jetzt gekrallt hier. Die wahre Bedeutung einer Schlacht. Ah. Wofür sammle ich überhaupt schwere Muni ein? Ich kann überhaupt nicht snipern. Was ist das? Neue... Neue Fähigkeit? Ich glaube, die kennt ich noch gar nicht. Jawohl! Double Kill hier. Da kommen die Ficker hier. Rechts, rechts, rechts. Oh, wir holen auf. Hatte den nicht... Ach so, der ist woanders. Ne, fickt euch. Den Kill kriegt er nicht hier. Roger? Ja, zwei wieder, ne? Von hinten auch noch. Ja. Ja, komm, komm, komm. Ich besiege den mit dem Super. Keine extra Punkte dafür. Was? Der siegt. Auge um Auge. Auge um Auge. Hör mir zu. Hör mir zu. Auge um Auge. Ihr seid mehr als ein Auge. Hey, ich bin auf den letzten... letzten ersten Platz gekommen. Eine Minute. Zeig, was du kannst. Würde ich ja gerne. Scheiße, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich alles hier. Du hast noch 30 Sekunden. Komm, wir müssen ein bisschen aus dem Konzept bringen hier, die Polis. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Das läuft so, das läuft. Alle zusammen, alle zusammen hier. Jetzt geht's. Der hat seid super, oder? Was kann euch aufhalten, wenn ihr zusammen kämmt? Nichts. Nun bist du mit Herz gut dabei. Sehe wieder auf und kämpfe erneut. Clan-EP? Du hast den Sieg um Haaresbreite verpasst. Äh, das war halt auch noch ganz knapp. Sieg, oh, das ist... Das war nur einer von denen richtig gut. Ansonsten habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen. Konflikte, das ist das gleiche wie gerade eben. Ich muss echt mal gucken, ob ich was falsch mache. Ich fand den Zonen-Kampf am geilsten immer. Okay, die Map kenne ich wirklich nicht. Man merkt's, glaube ich. Ah, guck mal, der ist Level 11, der Wichser. Das ist genau das Level, was ich erreichen will. Boah, der war aber aggressiv hier. Ist das frei? Geil. Hey. Nein, ihr Fickers. Ja, hab ich gut einen mitgegeben hier. Beiden. Ach, da. Was machst du? Haut der da einfach wie bekloppt drauf. Ihr müsst sie auch kaputt schießen. Also tot, komplett. Ja. Ach, da hinten. Schweinehunde. Schweinehunde. Die kommt von hinten, glaube ich. Und von rechts kommt auch einer. Der ist auf jeden Fall noch da. Ja, schön eiskalt serviert. Was probieren die denn da? Das ist eine komische Map. Bisschen verzwickt. Überraschung. Doppelplay, skrupellos. Killer Wackel. Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Nichts. Ohne Scheiß. Wir haben eigentlich eine ganz gute Position hier. Nein. Ah, da kommen zu viele. Gut, was weggehauen da. Da rechts kommt er. Schön, Brudis. Gutes Team. Gutes Team. Entspann dich, Hüther. Du machst ihnen Angst. Sonst will keiner mehr mit dir kämpfen. Scheiße, ich wollte jetzt geil rein stürmen. Hat nicht ganz gut geklappt. So. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Wie lange noch? Zwei Minuten? Oh, da hat jemand dran. Super. Ja, Rache. Das war die Rache, Mann. Ach, die Tore gehen auf. Muss man ja wissen, das macht ja ganz doll Wege frei. Nur noch eine Minute. Da hast du nicht mit gerechnet, ne? Steht der jetzt da drauf? Hier kommt auf jeden Fall einer. Oh, fast tot. Zwei für einen. Eine Granate für zwei. Kann man auch sagen. Pfff. Pfff. Ah. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn's gut läuft. So viel sei schon mal gesagt. Zehn Sekunden. Wenn ich dann noch die Waffen hab, die ich haben will. Dann ist das doch geritzt hier mit dem Schmelzsegel. Ich hätte keinen besseren Sieg gehabt. Oh, und Level 10 erreicht. Schön. Nächstes Mal will ich dich an meiner Seite haben, wenn ich mich in eine Prügelei stürze. Oder ein Dreier. 24, 70. Boah. Gut ausgerastet mit dem einen Typen. Dann geh ich auch noch schnell zur Farm und gucke, was uns das gebracht hat. So. Bei Test können wir vorbei und hier oben. Achso. Ja klar. Die haben uns auch das gegeben, die Schmelzsegel heraus verloren. Ist schon Jahre her, dass... Ihr Hüter steht voll auf Symbole, oder? Warlocks. Titanen. Tote Orbit. Eisenbanner. Ein Clan-Banner. Was ich meine ist... Gib auf dich Acht, okay? Genau, genau. Ah, die labert immer was anderes, ne? Wann kommen denn die Clans? Ach, die Clans sind schon da. Acht Mitglieder. Gibt es ein Clan-Anliegen zu besprechen? Boah, da muss ich echt mal die Brudis aktivieren. Für die Cologne Weep Nougats. Nougats! Alles klar, ja. Das waren meine ersten beiden Runden im Schmelzsegel. Ihr konntet dann mal sehen, wie das Uplifter den Skill vom Zack abchecken. Und äh, hab ich eine neue Herausforderung? Ich schließe zwei Matches in der Wettkampf-Playlist ab. Ach so! Okay, ja gut. Das Clan-System ist aktiv. Ich sehe nach, Hüter. Check ich auf jeden Fall mal ab. Und jetzt erst noch mal ein bisschen looten und leveln, bis ich die nächste Mission machen kann. Was ist das? Was ist das? Was ist das?